Servus Leute! Willkommen zurück zu Alundra! Letztes Mal sind wir in Elin, heißt sie glaube ich? Elins Traum, Albtraum. Eingedrungen nicht alleine, gemeinsam mit Maya, die hier steht. Und ich würde mal schätzen, da oben ist der Schlüssel drin, aber ich habe keine Ahnung wie da ankommen soll. Ich würde ja das Fasta nehmen, aber sie ist da oben und ich krieg's nicht mehr. Wo ist das denn Raum mal? Sie ist weg. Was ist jetzt? Ähm... Oh, nicht an mir. Super, da habt ihr Mistviecher. So, was mach ich davon plötzlich, das wäre gar nicht nötig gewesen. Lalalala, Autsch, lalalala. Egal. So, ich hoffe einfach, wenn das bleibt. Gut. Bitte Maya sei wieder da. Gut, sie geht wieder spazieren. Boah! So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass es bleibt. Das ist doch nicht so schwer. Ich habe mich nur wieder... Ich habe mich dumm angestellt, aber kompliziert gedacht. Schlüssel vorhanden, äh, vorhanden, erhalten. Wie komme ich auf vorhanden... Egal. Ah, jetzt beginnt die Ware prüfen. Wir müssen alle vier Albträume zerstören. Wenn nur einer übrig bleibt, fürchte ich, dass Elina einen schrecklichen Tod hat. Mit welcher Albträume sollen wir anfangen? Der Farbickelgestalt in der Mitte muss zerstört werden. Es scheint die Reihenfolge festzulegen. Es scheint die Reihenfolge festzulegen. Ähm... Ah. Das heißt, ich muss jetzt nach rechts oben, weil ich... Ah, gut. Weil ich quasi den einen Edelstein jetzt zerstört habe. Der diesen einen Albtraum da bewacht hat, oder wie auch immer ich das jetzt ausdrücken soll. Das heißt, ich müsste jetzt nach rechts oben. Ich glaube, das wird länger dauern als 15 Minuten. Das dauert auch schon länger als 15 Minuten, oder? Wobei der Traum an sich glaube ich noch nicht... So. Ne, er ist schon mal vorgegangen. Ich gehe hinterher. Oh Gott, was ist das denn? Hast du das? Habe ich mir da jetzt den Besten zuerst ausgesucht? Oh Gott. Das bleibt aktiviert. Beziehungsweise ist das da. Ich verstehe ich nicht. Das sind da jetzt überall solche Dinger und da muss ich verschiedene Säulenquoten machen von diesem einen Traum. Was anderes kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen. Oh, lass mich raten. Ja, war klar. Natürlich verstehst du dich, du Feigenuss. Ach. So dauert das ja ewig. Naja. Wie soll ich die da oben platt machen? Ach. Nein! Nein! Feige Lust, zeig dich mir. Gut. Ich muss noch einmal. Ohne... Die Hülpse und Dinge... Im Azerấtsan's Hersteck. Rechts weil ich Rechtshänder bin... Wow. Oh, euch habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, dass hier das war Er war ja damals im Wissenpalast oder wie So Wir sind auf den Säulen drauf Stehe ich gerade nicht Gehen wir zuerst in den anderen Teleporter Hier bist du Alundra Dieser Stein liegt ungünstig Hast du eine Idee, wie wir dieses kleine Hinterriss überwinden können? Lass mich nur machen Scheiße Ja, ja, das ist voll überraschend, nicht wahr Alundra? Warum komm ich da ran? Ich hab die Steine bleiben lassen Das ist so ein, aber Hä? Hm Hm Ich hab schon Richtung gefeuert Und das im wörtlichen Sinne Ich hab ihn mit dem 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 Ich fragen Keine Ahnung Gott Oh, wir sind wieder da, aber ich bin trotzdem nicht lang vorbei. Was? Ich dachte mir schon, dass das nicht geht. Da hat er Kisten, zu denen nicht alle nicht kommen. Wenn sich das Land erhebt, wird nur die Zeit die Wunden heilen. Wow. Okay, ich habe vier Felsen. Was muss ich denn damit machen? Ähm. Aua. Jetzt ist es sehr egal. So. Oh. Was? Habe ich mir irgendwie schon gedacht, weil das eine leuchtet mehr als das andere. Jetzt ist es eh egal, weil jetzt müssen wir es resetten. Okay, hier weiß ich mir nichts nicht, was ich tun muss. Doppelach. Ich muss das mal richtig abschätzen, weil es sieht jedes Mal so aus, als dass ich mich getroffen schon mal wie könnte. Wie passt es sich aus? Ah. Das ist nicht mehr einzusuchen. Nicht das schwierigste von allen. Nicht das schwierigste von allen. Aber vielleicht doch nicht. Ah. Ich glaube, es war auch ein bisschen schwer. Ach. Ihr seid doch so Scherzkekse. Na gut, wenigstens weiß ich jetzt hier, was ich machen muss. Und da war gar nichts. Ich wette auf diesem Trombauch, das sind die Schlüssel. Wollen wir nochmal hier gucken, was hier ist. Also ein Kristall. Ja. Ist er hier nochmal? So, der andere Kristall, oder? Ja. Seid ruhig. Ich hab das ja nicht anders gewollt. Ah. Wer? Jetzt magst du mich. Gut. Ganz knapp. Es geht nicht nach rechts, aber rechts ist doch gar nichts. Da ist auch nur ein Haufen nix. Wie mache ich das jetzt ein bisschen? Ja. Ich hab ja auf garantiert noch nicht alles erledigt, oder? Das Ding kann ich nicht rein. Das Ding kann ich nicht rein. die mir Hirnschmalz abverlangen. Ich habe die jeweiligen Kristalle alle gesehen. Ich habe Truhen gesehen. Ich brauche einen Schlüssel. Reserptionen habe ich alles. Rechts gibt es mir gar nichts. Die Schalter sind immer noch an. Rechts war ich schon. Jetzt muss ich wahrscheinlich da lang. Wehe. Ich muss hier bestimmt irgendwas machen. Oh, noch mehr. Oh, noch mehr. Oh. Hm. Es fällt ins Nix. So, es schwebt. Da ist ein Wassersymbol drauf. Moment mal. Oh. 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 Da ist das für mich. Das ist das für mich. Oh. 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 Das ist ja alles ganz nett, aber bei mir tut es nix. Gishiba? 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 Ach! Ah! Süßes Scherz, oder? Jetzt habe ich es nicht mal eingesammelt Schön dumm von mir Und wenigstens weiß ich jetzt, was da drin ist Es ist ein Kindeschliss. Auf, Monster. Moment Da kann ich gar nicht hoch, verdammt Ich dachte erst, ich kann auf die Säulen springen Was sind hier denn mal? Jetzt sind die Dinger da gut Hier sind auch welche Ich weiß auch nicht was die machen Hmmmm, ist das ein harter Traum. Was hätten wir von mir abverlangt? Oh, jetzt habe ich diese Waffe. Oh, da ist noch einer. Der Monster muss sich nicht zerstören. Ah, das wollte ich gar nicht. Danke, Bando. Ey, willst du mich? Oh, was muss ich hier machen? Ich kann es nicht schieben, weil es irgendwie abgeschrägt ist. Oh, Mann. Was ist, du operateest? Das war's für heute. Das war's für heute. Toll, ich weiß, wie ich an die rankomme, aber... Das war's für heute. Also gehen mir die Ideen aus. Das könnte ich noch versuchen... Ach, ich dachte ich kann... Oh, Moment... Ach so, jetzt bin ich hier ganz unten. Ja... Ist mir jetzt egal. Das heißt, ich muss richtig springen. Hm... Oh nein, was... Wo bin ich denn jetzt gelandet? Das war komplett zurück jetzt. Wobei... Ich kann auch speichern und beenden, weil jetzt weiß ich ja, was ich machen muss. Dann muss ich das wahrscheinlich in diesem anderen Raum auch machen. So... Ich muss sagen, das war Alundra. Beim nächsten Mal gucken wir uns heute in diesem Traum um. Und ich glaube, mein Ansatz stimmt. Wenn... Dann werdet ihr es ja im nächsten Part sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal wieder.